Das Bürgergeld ist nun beschlossen. Den Monaten davor hat die Union, die Truppe um Friedrich Merz, eine echte Stimmungsmache gegen Hartz IV-Betroffene betrieben, damit auch echt das gesellschaftliche Klima vergiftet und noch einige Verschlechterungen durchgesetzt, um nur mal eine Verschlechterung zu benennen. Die Karenzzeit für die Kosten der Unterkunft wurde jetzt von zwei auf ein Jahr verkürzt. Das ist natürlich gerade für Städte mit angespannten Wohnungsmärkten echt schlimm, weil oft heißt das, wenn jemand eine Aufforderung bekommt, seine Mietkosten zu senken, dass er in dem vertrauten Kiez, wo man ein Netzwerk hat, nicht so schnell wieder eine Wohnung findet. Und das führt auch zu sozialer Entmischung. Aber auch ohne die Verschlechterung der Union muss man sagen, war das Bürgergeld nicht die Überwindung von Hartz IV. Denn die Überwindung von Hartz IV würde erfordern, dass das Konstrukt Bedarfsgemeinschaft ersetzt wird durch individuelle Ansprüche. Dass wir wirklich armutsfeste Regelsätze haben, die müssten mindestens 229 Euro höher sein und dass wir eine hundertprozentige Sanktionsfreiheit haben. Das ist jetzt nicht der Fall. Es gibt aber ein paar Verbesserungen, zum Beispiel den Weiterbildungsbonus oder dass zum Beispiel die Einnahmen aus Ferienjobs von Kindern behalten werden können, ohne dass es angerechnet wird. Und es gibt eine entsprechende Regelsatzerhöhung. Also alles in allem kann man nur sagen, es gibt noch viel zu tun, damit Hartz IV wirklich überwunden ist. Und es gibt noch viele Regelsatzerhöhung. Und es gibt noch viele Regelsatzerhöhung. und es gibt noch viele Regelsatzer oder mit einer Riddabe blockadeung, und die Bee, ver operaatения, für äußerte und die Gästen.